Hallo zusammen, willkommen an F&F. Heute schaue ich mit euch die Fotofachklasse ein bisschen genauer an. Scheisst du mir doch gleich los? Ein wichtiger Teil der Fotografie ist die Bildkomposition. Erst wenn man die Regeln kennt, darf man sie brechen. Ihr Fotofachklasse lernt man den Auf- und Abbau von einem Fotostudio. Ausserdem wird uns gezeigt, wie man Bilder richtig bearbeitet, die wir später mit den Dozenten besprechen. Das Highlight an F&F sind eindeutig die renommierten Dozenten, die in ihrem Fachgebiet Spezialisten sind. Ich bin Jenny Rova, ich bin freischaffende Künstlerin und ich habe das grosse Glück, hier an F&F zu unterrichten. Ich habe sehr Freude mit den jungen Leuten zu arbeiten und das ist auch für meine eigene künstlerische Tätigkeit sehr inspirierend. Von Reportage und Sport bis hin zu Architektur und Portrait-Fotografie ist alles mit dabei. Was die F&F hat und andere nicht haben, ist ein Fotolabor für alle analoge Liebhaber. An F&F habe ich innerhalb von drei Wochen mehr gelernt zum Thema Fotografie, als in einem ganzen Jahr gestalterischen Vorkurs. Für andere ist Fotografie ein Zeitdokument für einen Fotograf in einer Momentaufnahme. Das war es bei Fotofachklasser F&F. Ich hoffe es hat euch gefallen. Wir freuen uns auf eure Anmeldungen und sind ganz gespannt auf eure Arbeit. Wir freuen uns auf eben. Wenn ihr euch gefallen... Ich liebe euch!